... ... ... ... ... ... ... ... Wo bin ich... ... ... ... ... ... Auf... Wo sind wir? Oh, ich hab die Bewegungsstörung an. Okay. Wo sind wir? Ich lauf ganz normal, okay. Wer bist... Hi. Kann ich nicht mit dir reden? Auf otto.de. Ach so, wir sind auf der otto.de-Insel. Hey. Also mit denen kann ich nicht reden, okay. Ich bin so gespannt jetzt. Präludien. Ja. Ganz genauso ist es. Sie wird gleich entführt, ne? Hi. Oh, guck mal. Okay. Hinsetzen. Na gut. Das sind... Oh, das sind alle... Kann das nicht, dass das die ganzen neuen Skins sind, die man freischaltet, nämlich? Ist so geil, dass der Rock drin ist. Oh mein Gott. Ich setz mich mal zu euch als Kekäsch. Es ist halt so geil. Ich schulde euch wohl eine Erklärung. Wir haben alle viel durchgemacht. An das meiste erinnert ihr euch vermutlich gar nicht. Ihr habt alle tapfer gekämpft. Aber wir müssen den Nullpunkt befreien. Sonst werden wir weiterhin bedroht. Immer wieder. Kein Weg führt daran vorbei. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Der IO muss fallen. Solange sie den Nullpunkt weiter ausbeuten, ist alles in Gefahr. Mit eurer Hilfe können wir uns befreien und die Schleife für immer verlassen. Und nach Hauswerk gehen. David geht rein. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin м hugely selints. Wir lassen dir das. Aber ich bin sicher. Wir lassen uns an. Je bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Das ist schon ziemlich geil. Irgendwie zwischen den Dimensionen. Was passiert hier eigentlich? Oha, es geht weiter. Fortnite Crewmitglied. Dankeschön. Ja, Battle Pass Kapitel. Ja, danke schön. Einfordern direkt. Battle Pass freigeschaltet. Danke. Denn ich bin tatsächlich Crewmitglied. Yes, das ist korrekt. Du hast Level 1 erreicht. Cool. Danke. Auszeichnung. Ja, was ist noch alles? Verdiene Auszeichnung in Modi mit dem XP-Symbol. Okay. Das ist, glaube ich, neu. Alles klar. So, da sind wir jetzt. Schön in der Lobby jetzt. Ich habe keine Ahnung, was so alles in der Welt von Fortnite passiert ist. Ich habe... Ich war in der... Am Anfang dabei, 2017 rum irgendwie. Wo Fortnite so richtig erst mal gestartet ist. Battle Royale-like. Wo es doch gar nichts gab. Da habe ich gespielt. Season 1 quasi. Ja, dann irgendwie auch nicht mehr, oder? Irgendwo zwischendrin mal ganz kurz. Keine Ahnung, was das für eine Season war. Ja, und jetzt halt... Was ist das? Acht. Ne, Season. Ne, Season. Ist das jetzt acht oder ne? Was? Ich bin halt... Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was in Fortnite alles passiert ist. Aber es ist trotzdem cool gemacht. Es ist schon episch irgendwie. Und, ähm, ja. Season 19 insgesamt. What? Die 19. Was? Krass. Aber hä? Hieß es nicht acht? Wieso hieß es dann acht Finale? Zählt man die Kapitel noch mit? Ich... Ey, boah, keine Ahnung. Aber das ist dann schon ordentlich. Ohne Kapitel Season 19. What the fuck? Aber wieso hieß es dann Season 8 Finale? Ich bin verwirrt. Aber, äh, das ist... Wow. Dann... Ich habe halt echt natürlich einiges verpasst. Ich habe es halt einfach nicht gespielt. Aber ja, jetzt, äh, ne? Was gibt es denn hier? Jetzt tatsächlich zur Zeit aber ein bisschen intensiver dafür. Oh, cool. Süß Weihnachtssachen hier so. Einmähliches Fest. Ähm. Ach, guck mal. Schere, Stein, Papier? Nein, wie cool. Wurde in Season 3 eingeführt. Okay. Ich habe nur noch 700 V-Bucks. Das ist, äh, nicht viel. Nein. Fuck. Die Musik, Mann. Die Musik, Mann. Sehr schön. Kann ich jetzt nicht wirklich abspielen, alles. Okay, das ist irgendwie witzig. Ankünft der Königin? Kostenlos. Ja, geil, Mann. Du kannst dir den... Ja, das habe ich ausgemacht. Aber scheinbar gilt es hier in der Lobby nicht. Ich habe es schon ausgemacht. Extra für Streamen und Aufnahmen. Wer dann ja kaufen, wenn es kostenlos ist. Lol. Ähm. Shop hat nur Müll. Irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Im Moment schon. Sonst. Oh, die ist cool. Eiszapfen. Hey, what the heck. Ja, das ist nicht so geil hier alles. Spinnt. Ja, bla. Ich hasse es, wenn irgendwo ein Ausrufezeichen oder irgendwas steht. Battle Pass, wie sieht es aus? Zeig mal her. Was gibt es hier Geiles? Ja. Alter, ich habe nur 5 Sterne, oder? Die muss ich alle erstmal sammeln. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man so richtig Sterne sammelt. Wie drückt haben wir... Ja, weiß ich. Okay, was gibt es hier alles Schönes? Ja, gut. V-Bugs. Sie und er. Er ist cool irgendwie. Der Gleiter. Oh, was ist das? What the fuck? Okay. Und irgendwo müsste doch eigentlich... Was ist das denn? Oh mein Gott. Warum? Junge, wo ist Spider-Man? Sag nicht, der ist ganz unten. Oh, was ist das? Ah. Klar. Klar. Mit Level jedes... Ja, alle Level 5 Sterne, aber kriegt man die nicht auch während? Weiß ich nicht. In-Game halt. Oh, es ist echt auf Stufe 9. Level 80 muss ich sein für Spidey. Heilige Scheiße. Da darf ich jetzt aber reinsuchten. Ich will Spidey. Also, wow. Den muss ich haben. Da. Ah ja. Season 1 bis 19. März. Ja. Okay. Bis 19. März haben wir Zeit. Da unten links steht's. Ja gut, das ist doch machbar, oder? Hey, den muss ich mir freischalten. Der ist halt schon geil. Ja. Spider-Man einfach. Das ist super geil. Als ob. Ach, hier ist dann alles, was wichtig... Ja, ach, come on. Der Symbiontenanzug. Ja, ist richtig, ne? Klar. Das ist natürlich alles im Letzten. War ja einfach auch absolut klar, ne? Ja, das heißt, ein bisschen suchten, ne? 500 Sterne brauchen, also insgesamt. Okay. Okay, okay. Na dann, äh, let's go, wa? Hohoho. Heilige Scheiße. Na gut, Spiel erst mal. Nice Lobby. Stabilitätsproblem. Was? Uns ist ein Stabilitätsproblem auf Nintendo Switch im Zusammenhang mit dem Wechsel von Anschlüssen bekannt. Wir raten von einem Wechsel zwischen dem Handheld-Modus und dem TV-Modus ab. Okay. Gut. Hatte ich eh nicht vor. Danke. Ja, im zweiten Pass gibt es auch noch Spidey-Skin-Varianten. Was? Oh, was, wo im zweiten? Lass mal da rangehen. Hier? Was? Hä? Was meinst du? Wenn man wieder weg wünscht, ich dir viel Spaß beim Erkunden, der Map. Viel Spaß beim Grinden. Dankeschön. Und, ähm, ja, danke, dass du kurz da warst. Ähm. Aber, hey. Äh, ja, ich, äh, danke schon auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt jetzt mit der Map und so. Geh zurück. Ich geh zurück. Und dann? Bonus-Belohnungen. Ach so! Hä? Oh mein Gott, das gibt's auch noch. Was ist denn das? Was sind Bonus-Belohnungen? Fordere 104 weitere. Um die Seite freizuschalten. 99 Belohnungen. What the fuck? Was ist das denn? Hier ist so viel in Fortnite. Der ist cool, der weiße. Der ist auch ganz cool. Aber ich möchte auf jeden Fall save den Symbiontenanzug auf jeden Fall auch. Okay, lol. Davon hatte ich ja auch irgendwie. Das habe ich nicht kapiert. Hier ist so viel Stuff einfach. Okay, ich verstehe. Schön, wie low-poly alles ist auf der Switch im Moment. Naja, gut. Wir legen los, wa? Müssen wir ja wohl. Spiel. Neue Aufträge gibt's auch und lauter so Zeug. Oh Gott, ne? Tägliche Quests. Wir fangen einfach mal an. Ich guck aber kurz in die Einstellung nochmal rein. Hat er mir das wirklich zurückgebummst, oder? Die zentiert ist. Hä? Es ist einfach wieder zurückgesetzt. Was soll die Scheiße? Immer stumm. Er hat es echt zurückgesetzt. So ein Arsch. Gut, jetzt ist es raus. Das ist noch alles an, so wie es sein soll. Okay. Das stimmt auch alles. Okay, sehr merkwürdig. Bau-Modus. Wie sieht's aus? Bau-Meister-Pro. Wait. Bau-Meister-Pro? Ja, ne, eben nicht. Ich wollte eigentlich Kampf-Pro. Der hat das auch zurückgesetzt. Was soll denn das? Was ist eigentlich Schnellbau? Hä? Nächstes Gebäude bestätigen? What? Was ist der Unterschied? Ne, egal. Ich mach. Kampf-Pro wollte ich nämlich eigentlich machen. Wieso wurden die beiden Einstellungen zurückgesetzt? Was soll das? Okay. Ne, ich möchte nicht im Team spielen im Moment. Ich mach mal eine Solo-Runde. Go. Spielen. Let's do this shit. Meine Grafik war doch auch voll schlecht bei Season Start. Ja, Switch halt, oder? Keine Ahnung, hä? Oder meinst du jetzt? Ich hab keine Ahnung. Um beide Pässe durchzuhaben, muss man Level 200 haben. Ja, ist klar. Ne, Hauptsache, ich schalte einfach den Haupt-Battle-Pass freikommen. Ist, äh, wow. 200 am Arsch. PC, der hat Einstellungen zurückgesetzt, meinst du auch? Auch bei dir ist ja... Hä, warum? Was ist das Dummes? Was soll das? Good Job, Fortnite, an der Stelle. Nicht. Okay. Na, let's go. Ich bin gespannt. Wir kriegen es bestimmt nicht hin. Oh Gott, Hilfe. Erstmal bedanken, oder? Die neue Map ist halt auch so geil. Sie ist ja auch wirklich komplett neu jetzt wohl. Ihr seht schon hier ganz viel... Oh Gott. Ja, natürlich, alles freischalten. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll jetzt. Ich hab mich gerade erst an die alte Map quasi gewöhnt, ne? Ach komm, ich geh mal direkt hier hin. Was soll der Scheiß? Let's go! Wuhu! Wir sind, glaub, in einer Runde. Wir beide? Nee, oder? Als ob wir jetzt spontan in der... Gleichzeitig in derselben... Nee. Erzähl mir nix. Echt jetzt? Wäre ja mega witzig. Ist das jetzt tatsächlich nicht zu lautes Spiel? Ich bin mir echt nicht sicher. Es geht manchmal in den gelben Bereich. Also, weiß nicht. Wenn was zu laut ist und ich untergehe, bitte gebt Bescheid, ne? Ohne Witz. So. Lande ich mal einfach hier. Keine Ahnung. Wir müssen ja eh alles freischalten. Dreh jetzt nicht durch! Ah, okay. Ach ja, stimmt, ne? Irgendwie ist das ja... Oh Gott. Es gibt ja auch neue Sachen und so. Neue Waffen natürlich auch. Okay. Oh! Oh, what? Oh, endlich mal so richtig mit Visier, Mann! Geil! Und... Okay. Warte mal. Nee, da ist jemand. I. Warte mal ganz kurz. Ich weiß ja noch gar nicht... Warte mal. Ist Rennen zurückgesetzt? Nein. Wie slide ich? Das geht ja jetzt auch. Nein. Das war eine lila Truhe. Jetzt, äh... Ja gut. Alles rausfinden. Keine Ahnung. Genau. Ich hab sonst Bewegungssteuerung nicht wirklich an. Nur auf 1%. Niedriga geht nicht. Und halt beim Zielen ist es an. Das ist eigentlich ganz praktisch, ehrlich gesagt. Ich werd jetzt sofort sterben, denk ich. Wow! Hab ich hart verzogen. Leck mich am Arsch. Aber es ist ja auch so schön, wenn das Spiel immer ganz kurz hängen bleibt. Das ist echt so cool. Ich sag ja... Hab ich ja vorher gesagt, dass ich jetzt sofort sterben werde. Das war halt klar, Mann. Ich hasse mein Leben. Äh... Hm. Das war... Grandiose erste Runde. Sehr schön. Ganz toll. Ich hasse mein Leben. Äh... Hey! Fantastisch! Hm. Okay. So viel dann zu... Wir sind, glaub ich, in einer Runde. Jetzt sicherlich nicht mehr. Oh, Mann. Ja, cool. Hm. Ja. 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 Fantastisch. Also, die Cam könnte, ich glaub, ein bisschen nach... Ich hab jetzt grad gar nicht richtig drauf geachtet. Wo sind wir denn hier? Ah, ja. Ja, guck mal. Dann mach ich mal die Cam ein bisschen runter. Das ist ein bisschen schöner aus. Hallo? Warum kann ich die Cam nicht bewegen? Machen wir mal so, weil dann seht ihr auch die Stats von der Map und so. Bla. Ja, äh... Streamsniper. Äh... Egal. Egal. Wir haben das so aufgedeckt. Guck mal, dann decke ich jetzt das hier auf. Egal, Mann. Ja, so ist doch, glaub ich... Cam-technisch. Ja, komm, so ist doch ganz nett. Das geht schon. Ab in den Canyon oder sowas. Also, grafisch sieht's ja jetzt noch schlechter aus auf der Switch als die Map davor. Was ist das? Waren wir übrigens nicht. Ah, okay, okay, okay. Wär schon lustig gewesen, ey. Oh, Gott. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist hier direkt ein Gegner, Alter. Ich hab nichts. Nein, bitte nicht. Oh, come on, oder? Ich bin sofort wieder tot. Ich seh das. Ich hab ein Zelt gekriegt. Ich muss hier sofort... Okay, das war's. Ich bin zu tot. Hör auf zu ruckeln, du Arschloch! Bitte lass mich leben. Hör auf zu ruckeln, du Arschloch! Weg hier. Ja! Ich hab den gekriegt, Alter! Ich hab ihn! Ja, Mann! So geil! Junge, Junge! Enge Kiste, das! Ich brauch sofort Heilung irgendwo. Gigi, danke! Alter, der Bums war übel laut. Was war das denn? Ich glaub, ich muss das leiser stellen gleich, oder? Ey, das war ja übel laut. Oh, ich hatte die Waffe, ist cool. Ey, die ist supergeil. Uh! Alter, was sind das für Fahrzeuge? Stimmt, jetzt gibt's ja... Ähm, wie hab ich denn das jetzt gemacht? Es gibt ja jetzt so Rennstrecken auch noch. Juhu, let's go! Ich muss hier weg. Ähm, Radio aus, du Arsch! Bitte keine Musik! Bäh! Bäh! Hey, wie geil! Wuhu! Oh no! Fuck it! Ne, da geh ich jetzt mal nicht hin, ne? Lieber nicht. Da war zwar auch Heilung und so, aber das... Oh fuck! Ich komm nicht gegen den an. Das geht jetzt gerade nicht. Yes! Äh, weg mit dem Scheiß. Geh mit dem Scheiß jetzt! Komm, 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 komm! Heilige! Er fängt ja direkt spannend an! Noch mal ein bisschen leiser, keine Ahnung. So. Spannung! So, ich bin wieder voll. Wichtig. Keine Ahnung, Zelt. Ich... Neh mich einfach mal mit. Oh, die Weihnachtsbüsche, lol. Ja, weiß ich nicht. Muss ja nicht, ne? Huch! Egal, fast schon. Alter! Oh, da hinten ist ein Schild. Nein, oh fuck. Zack, weg! Heilige Scheiße. Oh, Leute, was hat er denn geiles? Was denn hier alles? Was ist das? Hä, was ist das denn? Äh, what? Einfach ein Heil-Deo. Quasi. Das macht dich auch voll. Hä, wie geil. Junge, ne Sniper. Äh, mach ich mal so. War da gerade jemand? Was ist das hier? Oh, die Krone! Oh, geil! Siegeskrone! Äh, mach ich mal so. Achso, ist die Waffe. Dieselbe Waffe. Äh, okay. 125. Ja, dann behalte ich doch erst mal das, oder? Passt. Uh! Guter Start. Oh mein Gott. Sehen mich, Leute, wenn ich die Krone hab? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Egal. Weg hier. Oh, wieso ist da ein Reifen drin? Oh Mann, oh Mann. Oh. Voll geil hier. So, Kopfgeldjagd. Du wirst gejagt. Scheiße, nee. Nee. Scheiße. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ha. Okay. Ja, dann bleib ich mal in Bewegung. Ah. Mist. Ich hab auch schon oft Kopfgeldjagd gemacht. Ich weiß, wie das ist. Der bekommt nämlich einen goldenen Radius. Der sieht mich jetzt quasi auf der Map. Der kann mich halt wirklich jagen. Hab schon oft gejagt. Fand ich voll geil. Kopfgeldjagd ist lustig. Macht wirklich Spaß. Hör auf zu ruckeln. Oh Gott, wie lange lädt die denn nach? Scheiße. Das ist doch ein bisschen doof, dass ich eigentlich nur die zwei Waffen hab, oder? Was ist denn jetzt passiert? Oh. Bitte stirb doch einfach. Ficken. Oh, es ruckelt jetzt viel mehr rum. Das ist ja mega ärgerlich. Oh, iiih. Platz 29. Was ist das? Die hat zwar ein Visier, aber eigentlich ist die Waffe gar nicht mal so geil. Die macht so Dreier-Salven. Die ist so halbautomatisch oder so. Ein bisschen kacke, irgendwie. Egal, direkt weiter. Schade, Mist. Ah, kacke. Naja, 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 naja. Ich muss mich echt auch erst mal wieder ein bisschen einspielen. Kaum zwei Tage nicht gespielt, schon bin ich raus ein bisschen, lol. Okay. Ja. Hm. Hm. Aber. War schon mal gar nicht mal so schlecht am Anfang. War auch ganz geil mit der Granate. War schon knapp. Mach hier ne Fresse.